Was ist Heimat? Heimat ist sowieso ein Zustand, der nicht beschreibbar ist. Wir reisen die Trauen entlang zwischen den Orten unserer Kindheit, von Bordaussee nach Ebensee, auf der Suche nach Antworten. Ganz wichtig, wenn ich an Heimat denke, ist der See. Es gibt mehrere Orte, an die ich mich zu Hause fühle. Bin ich Inder oder bin ich Afrikaner oder bin ich jetzt gerade Ischler oder wer bin ich überhaupt? So pflegt jeder, der einmal Abstand gewonnen hat, ein ambivalentes Verhältnis zur Heimat. So ein richtiger Größerer bin ich nicht. Daheim ist daheim und wieder fort. Unter Umständen verschafft uns das Fümmen, den nötigen Abstand und eine andere Perspektive. Besonders verdächtig gegen die Heimat anzutreten sind ja immer die Kreativen und die Künstler, weil die ja Grenzen überschreiten und Heimat heißt ja auch Begrenztheit und Eingegrenztheit.